Moin Mädels, Moin Jungs, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Endliste Kampagne Schlacht um Stalingrad Level 14 mittlerweile und wir gehen gleich wieder rein. Natürlich wie am Anfang von jeder Folge, 95, über 95% von euch, von euch liebe Zuseher, haben keinen Bock mich zu abonnieren, dabei frage ich mich eigentlich warum. Ihr guckt euch doch den Content an, also bitte lasst ein Abo da. Wäre mir eine Ehre, würde es schmecken, definitiv und äh, was ist das denn, begonnene Runde Join, äh, mehr Kacke hier, Flieger rein, komm, ist schon egal die Runde, ist schon komplett egal wieder. Ist einfach Kacke jetzt schon, ist jetzt schon Kacke, sag ich euch wie es ist. Sag ich euch jetzt schon, die Runde ist einfach Kacke. Wow, ah, T-70 Panzer, den Panzer haben wir weggeschissen, haha, verdient. Ich brauche halt irgendwie ein offenes Feld und das gibt's hier wieder nicht. War, war schnell, das war sehr schnell. Also, puh, for real, das war richtig, richtig schnell. So, dreh dich ein, komm jetzt hier. Ist, glaube ich, die blödeste Map zum Fliegen hier, oder? So wie ich das hier sehe. Die Karte ist halt richtig Kacke. Wobei, eventuell hier, eventuell können wir hier am Hof was machen. Weil A ist auch irgendwo drinnen hier. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht versprechen. Ja, haha. Und jetzt siehst du mich, komm raus hier, komm raus, kein Bock. Tschüss. See you later. Oh, ich hab ver... Lollig. Hä, seit wann hab ich Fallschirm mit? Woher? Woher einfach Fallschirm? Keine Ahnung, einfach mal. Ganz komisch. Oh, hier geht's aber ab hier. Ach, du grüne, nur einer. Was ist hier? Hier ist irgendwo notiert. Hier ist keiner. Nee, hier ist keiner. Jetzt haben wir wieder ein bisschen verkackt, wenn wir jetzt hier einfach wieder ganz hinten spawnen. Aber gut, wir wollen uns den C. Probieren es zumindest. Wie will 3 und C. Und den, wie will win. So sieht es nämlich aus hier. Was war das denn jetzt wieder? Der Granatwerfer, der Granatwerfer. Warum? Warum spielt man hier Noob Tube? Oh Gott. Oh Gott. Boah, der hat mir gerade den Arsch gerettet. Einfach nur. Komm. Bruder. Oh, das hat anders geschällert. Moin. Reingeguckt. Reingeguckt. Nee, 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 nee. Reingeguckt. Reingeguckt. Oh, hier sind viele. Oh, oh. Tschüss. Schade. Hat Spaß gemacht. War toll. Da können wir nochmal hinlaufen, ne? Wie gesagt. Nehmen wir einfach die MG, Jungs. Weil, ich meine, der Raum ist jetzt eng. Das MG streut und schießt wie wild. Und da können wir dann halt vielleicht ein bisschen was machen, ne? Sag ich euch ehrlich. Ich bin zwar langsam wie ein Stück Koda, aber gut, das macht doch nichts. Hauptsache, ich komme irgendwann mal ans Ziel. Ja, der Gegner hat die Hälfte einfach schon lost. Okay. Ich habe einfach vier Punkte. Noch gar nichts gerissen, so wirklich. Einfach richtig kacke. Und so. Hier ist irgendwo einer. Keine Ahnung wo, aber ich weiß auch nicht. Hier vielleicht. Nee, das ist mein Mate. Hier ist er. Hier, komm. Hier. Gut, ich habe dich gesehen einfach nur. Komm, wo ist er denn jetzt hier? Er ist tot, oder? Ist er tot? Ja, er ist tot. Wow. Nice. Ja, ja. Da ist mein MG stark, ne? Ja, er ist ja wahnsinnig stark hier. Tja. Upsi. Hehe. Komm, jetzt gibt es eine Granate aufs Maul. Moin. Ich bin jetzt schon sehr, sehr lang so, ne? Wo sind meine Mates? LoL. Nein, weil ich nachladen muss. Mein, nein. Nein, Leute, Leute. Mann, 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 Mann. Wir können jetzt hier aber probieren. Ne, wir machen jetzt hier den Flieger-Move. Rechts, also hinter C hin. Hinter C. Machen wir jetzt Bombenalarm. Machen wir jetzt Bombenstimmung da rein. Das zeige ich euch. Wir fliegen jetzt runter. Hinter C. Hier, genau. Hier hin. Hier hin. Da fliegen wir jetzt hin. Und dann lassen wir knacken hier. Da waren bestimmt, da sind bestimmt einige. Das muss jetzt hier aber hier. Mal ein bisschen schellern hier. Andere Flieger hinter mir. 13er Multi-Kill. Schön. Ja, das waren die 250 Kilo, Jungs. Ari Mediaci. So, nochmal hin hier. Ja, solange jetzt auf 10. Ich hätte das vor Anfang. Ich hätte nicht hinlaufen sollen mit. Ich möchte mit einem G. So ein Kack. Ne, ich hätte einfach den Flieger. Und reinäumeln. Reinäumeln ist angesagt. So, nochmal schnell zurück hier. Komm, 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 komm. Einmal können wir noch. Einmal können wir noch mitmachen. Schön wäre ein richtig fetter Multi-Kill. Das wäre schön. Ja, mach doch voll jetzt hier die Knarre. So. Jetzt müssen wir hier wieder 2000 Meter zurückfliegen. Hier, Flight Simulator oder was? Jetzt müssen wir aufpassen. Mehr reflektiert nicht. Also, es sieht unendlich tief aus, aber es ist halt nicht mehr so weit bis zum Boden. Das könnte halt dann eher blöd sein, sag ich mal. Eher ungeschickt. Ihr wisst, was ich meine mit Runterschallern und so. Das wäre nicht so geil. Vielleicht noch ein bisschen was gewinnen. Bisschen was, bisschen was, bisschen was. Tja, so in etwa vielleicht. So hier. Hier hin so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Glaube ich nicht, dass das gut war. Ich glaube es nicht. Ja, 5, 5 Kills. Okay. 5 Kills ist okay. Alles in Ordnung. Ja, jetzt raus hier und dann Fallschirm zünden, ne? Haben wir mit? Ja, hat er halt. Der hat halt legit den Fallschirm einfach am Start. Oh mein Gott. Ja, hat gut geklappt. Wie man erkennen kann, Fallschirm ist tot safe. Läuft. Fallschirm funkt dir gut. Fallschirm pass gut. Schönes Ding. Nice. Ganz entspannt geworden. Ganz entspannt geworden. So, was sind wir? Bester Bomberpilot, will ich mal hoffen hier. Nehmen sie nix, ne? Oder? Ja, hier. Komm. Fahrzeugtrupp, besser Bomberpilot. Schön beordert auch noch. Befördert worden. Infanterie, Kampfgeschwader muss neuer Level sein, ist klar. Medics sind Max-Level. Alles klar. Das war es mit der Runde-Endliste. Ich weiß, ein bisschen kürzer, aber drauf geschissen. Geil war es auf jeden Fall. Macht sich gut. Macht es besser. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Und jetzt ab zu NK. Tschüssi. Tschüssi.